Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Unterhalten sich ein Deutscher und ein Chinese? Sagt der Chinese? Ich liebe Ping-Pong! Darauf der Deutsche? Dann musst du es ihr auch sagen! Was sind wir? Frauen! Was wollen wir? Gleichberechtigung! Wann wollen wir es? Nachdem der Mann unser Essen bezahlt hat! Wenn ich mit der Nase ganz dicht an meinen Notenspiegel gehe, kann ich schon das Bratfett von McDonalds riechen. Gestern habe ich meinen Platz im Bus an einen Blinden weitergegeben. Heute verlor ich meinen Job als Busfahrer. Ich bin heute so ausgeglichen, ich könnte Schafe kaputt streicheln. Hier ist der Anrufbeantworter der Tinnitus-Klinik Bamberg. Bitte sprechen Sie nach dem Piepton. Glaube mir, ich bin wirklich ein professioneller Fotograf. Und jetzt wackelt man ein bisschen mit den Brüsten. Saufende Obdachlose. Oder wie ich sie gerne nenne, Becks Street Boys. Deutsche Pauschalreise mit 14 Buchstaben? Einmarschieren! Häufigste Blutgruppe in Afrika? HIV-Positiv! Was ist klein und schreit wie am Spieß? Ein Baby auf einem Spieß! Wie nennt man ein Bordell in Belgien? Reisenhaus! Geduld, Junge! Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag erbaut. Ich, aber Dresden in einer Nacht zerbombt. Großvater! Was liest du denn da? Todesanzeige! Warum? Mal schauen, wer Single ist. Schönheitschirurg zur Schwester. Halt mal die Fresse! Ich zu meinem Anlageberater. Ich möchte mein Geld in Steuern anlegen. Ich habe gehört, dass sie demnächst wieder steigen. Endlich kommt das neue Nokia auf den Markt. Mein altes 3310 hat nur noch 14% Akku. Gerade habe ich am hinteren Bahnhof zwei Typen gesehen, die sich gegenseitig geimpft haben. Sehr verantwortungsvoll bei der aktuellen Grippewelle. Ich mache den Kühlschrank zu und höre, wie irgendetwas umfällt und denke mir, das klingt nach einem Problem für die nächste Person. Hast du bei ihm oder mit ihm geschlafen? Bei... Er, hey, sie, hey, sag jetzt nichts Dummes. Ich will dir einen Maiskörboden reinschieben und dich so heiß machen, bis die Popcorn aus der Fotze fliegt. Schau dich doch an, was Besseres als ich ist sowieso nicht drin. Hey, wir haben so viel gemeinsam. Du hast Brüste, ich mag Brüste, die Parallelen sind schon fast unheimlich. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Masterjam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.